Ich heiße Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Trota trifft. Wer die Sendung aufmerksam verfolgt, wird wissen, dass wir manchmal ganz junge Menschen hier als meine Gesprächspartner haben, die sehr erfolgreich und vielleicht auch sehr ungewöhnliche Wege gegangen sind. Und einen solchen Gast habe ich bei mir. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich schon mal vor gar nicht langer Zeit eine Schauspieler hatten, die schon über ein erfolgreiches schauspielerisches Leben verfügten. Jetzt habe ich jemanden eingeladen, der da ganz am Anfang steht. Und diesen jungen Mann will ich jetzt begrüßen, Marcel Kohler. Hallo. Und Sie sind, ich verrate das, und das wird auch viele Zuschauer verblüffen, 23 Jahre. Noch. Also noch 23 Jahre. Irgendwie in den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen bin ich 24, ja. Wenn Sie es abgeschlossen haben. Und Sie haben, wie wir das, wir lernen uns ja bei irgendeiner bunten Veranstaltungen kennen. Und da sagten Sie mir, Sie sind Studienstiftler des deutschen Volkes. Dazu will ich Sie noch befragen. Und Sie haben eine Schauspielschule abgeschossen, eine Berliner Schauspielschule, eine sehr bekannte. Und sind bereits angestellt im Deutsche Theater. Das schaffen manche erst. Die sind doppelt so alt wie Sie, ehe Sie das überhaupt schaffen. Und Sie haben das geschafft. Und für mich verblüffend, dass Sie sehr in Ihrer Art sich selber treu und eigentlich zurückhaltend bescheiden geblieben sind. Also Sie sind nicht erfüllt von der Eitelkeit des raschen Erfolges. Also ich frage Sie jetzt. Sind Sie Berliner? Nein? Nee, ich bin kein Berliner. Also seit ein paar Jahren bin ich Berliner. Aber ich bin in Mainz geboren. In Mainz? Genau, in Mainz. Nähe Frankfurt, für die, die es nicht kennen. ZDF kennt man ja vielleicht im Fernsehkontext. Und bin eben für die Schauspielschule nach Berlin gekommen. Und jetzt durfte ich ja auch nach der Schauspielschule hier bleiben, nämlich am Deutschen Theater. Ja wunderbar. Wie lief das ab in der Schauspielschule? Haben Sie sich bei mehreren beworben? Oder war das Ihre favorisierte Schauspielschule? Ja, es ist ja so, es gibt ja ein paar staatliche Schauspielschulen. Ich habe während des Abiturs mich entschieden, dass ich mal schauen möchte, was die denn so machen. Und dafür dieses Vorsprechen gewählt und dann mich an zwei Schauspielschulen beworben. Nämlich an der Otto-Falkenberg-Schule in München und eben an der Ernst-Busch in Berlin. Sehr renoviert, ja gut. Genau. Da war aber noch gar nicht so klar. Ich wollte erst mal einfach sehen, wie läuft das, was für Menschen sind da, was für Begegnungen hat man da. Und dann lief das so, dass ich irgendwie mich entscheiden durfte, ob ich nach München oder nach Berlin gehe. Das ist ja toll. Also beide Schauspielschulen wollten Sie dann haben oder Ihnen einen Studienplatz geben. Wie läuft das ab? Weil natürlich weder ich noch jemand anderes hat sich je an der Schauspielschule beworben. Machen Sie jetzt mal diesen Text? Jetzt haben Sie eine Stunde Zeit, diesen Text zu lernen und vorzuführen? Oder wie geht das? Es gibt unterschiedliche Auswahlverfahren, je nach Schule. Jetzt an der Ernst-Busch ist es so, oder jedenfalls, ich glaube fast bei allen ist es so, dass man erst mal mit vorbereiteten Rollen kommt. Also meistens sind es zwei Monologe, dann kommt noch ein Lied hinzu. Darf ich fragen, was Sie hatten, welche Monologe? Ich habe Franz Mohr gespielt aus den Rollen. Mein Gott, ja. Und Bruno Mechelke aus den Ratten von Gerhard Koppel. Aha, ja. Beiß klassisch, ja. Es ist auch meistens so, dass in der Beschreibung dafür, dass in der Beschreibung dafür steht, dass man auch eine klassische Rolle mit dabei haben sollte. Und dann hat man eben die erste Runde und da wird dann wird man in den Raum gebeten. Da sind dann die Mitbewerber dabei. Meistens sind es so zehn und dann gibt es verschiedene Gruppen an der Ernst-Busch jetzt. Und dann spielt man sich gegenseitig die Rollen vor und dann sagen die zwei Dozenten, die quasi in der Kommission sitzen an dem Tag, einem was dazu und sagen, ob man in die nächste Runde eingeladen wird. Und die findet dann ein paar Monate später statt. Und da ist es dann auf der großen Bühne in Schöne Weide draußen mit allen Dozenten. Also richtig aufregend. Und dann wird erst so ein bisschen rumgeturnt, dann immer so ein bisschen seine Aufregung verliert und dann spielt man nochmal vor. Und da kriegt man meistens eine Aufgabe. Also da hatte ich Romeo bekommen. Oh mein Gott, auch. Das sind ja tolle Rollen. Ja, das ist ja in der Schauschulschule das Tolle. Da kann man ja richtig groß spielen. Da darf man sich ja an Rollen probieren, wo es vielleicht dann erstmal in den Anfängerjahren schwierig wird, die spielen zu dürfen. Hatten Sie denn schon zu Ihrer Schulzeit irgendwie mit dem Theater oder Schuhteater oder an Ihrer Schule mit Theater zu tun? Haben Sie da schon mal ein bisschen gespielt gehabt? Ja, also ich komme nicht aus einer Schauspielerfamilie, also überhaupt kein schauspielerischer Bezug. Aber ich habe, also meine Mutter ist Medizinerin und Psychotherapeutin und mein Vater ist Autor und Publizist. Also ich habe so ein bisschen zwei Aspekte jedenfalls zum Schauspieler-Dasein individuell bekommen oder ein Interesse dafür. Und dann habe ich irgendwann mit 14, 15 angefangen in der freien Theatergruppe und dann in der Theater AG an unserer Schule und dann auch im Jugendclub am Mainzer Staatstheater habe ich eine Arbeit gemacht, da haben wir die Nibelungen gemacht. Mein Gott. Auch da durfte ich Hagen von Tronje spielen, das auch toll war. Also das ist auch eine spannende Figur. Also haben Sie schon ein bisschen Blut geleckt gehabt? Schon, ja. Muss man sagen. Also ich war schon angefixt irgendwie von dem. Und waren Sie dann nie in Zweifel gekommen, also das wird mein Weg sein? Oder haben Sie auch mal überlegt, Mensch ja, wie heißt es, Eltern sagen ja meistens, das ist doch ein unsicheres Brot. Vielleicht muss man erst mal einen religiösen Beruf, bevor du das machst oder so. Sie wussten aber, nein, nur dieses kommt in Frage. Also ganz so extrem war es nicht. Eben diese Vorsprechen waren für mich auch so ein Test. Wo steht man? Ist das überhaupt realistisch? Und auch natürlich für meine Familie, für meine Eltern. Die waren schon sehr gespannt, ob das so klappt oder nicht. Und dann dadurch, dass es dann so gut geklappt hat, haben sie gesagt, okay, dann machst du das auch. Also dann kriegst du unseren Segen und dann probiere dich da mal aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Schauspielerei ist das Einzige, was mich interessiert oder das. Ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Wie lange dauert das Studium an der Schauspielschule? Also es sind vier Jahre und davon sind zwei. Also die ersten beiden extrem intensiv. Da hat man ganz, also jedenfalls jetzt alles für die Busch gesprochen. Das ist auch eine andere Schule. Sehr intensiv Kurse, Reiten, Fechten, Bogenschießen, Tanzen, Singen. Das können Sie jetzt alles. Das kann ich alles. Mehr oder weniger. Sie haben es zumindest besucht. Ich mache jetzt hier vielleicht keinen Handstand, aber sonst kann es schon so reingeschnuppert auf jeden Fall. Also habe ich nicht ein Fechten. Wenn Sie, wir könnten gerne eine Partie fechten. Es ist auch so Bühnenfechten. Also es wäre abgesprochen, ich haue Sie jetzt auf den Kopf und Sie hauen mich danach an die Schulter. Also gut. Damit das möglichst spektakulär aussieht. Und das ist in den ersten beiden Jahren so der Schwerpunkt. Und dazu kommen eben die Rollenarbeiten mit jeweils einem Dozenten und so einer Gruppe von zwei bis vier Studenten. Und dann... Gleichen Semesters. Gleichen Semesters. Das ist alles ein Jahrgang quasi. Das sind so 24 Leute bei uns gewesen. Und dann im dritten Jahr öffnet sich die Schule und fängt an Produktionen zu machen in Kooperation mit verschiedenen Häusern in Berlin. Also ich war jetzt in der Schaubühne. Es gibt aber auch mit dem Deutschen Theater manchmal Kooperation mit dem Berliner Ensemble. Also fast alle Theater in Berlin haben uns die Möglichkeit gegeben, dass man da spielen darf und sich zeigen kann. Und im dritten Jahr hat man dann nur noch relativ unregelmäßig, meistens nur einmal die Woche festen Unterricht an der Schule und ist eben sonst schon in der Praxis. Ach ja. Ach ja. Und das vierte Jahr fängt damit an, dass man dieses berühmt-berüchtigte Intendantenvorspiel hat, was ein großes Thema ist für jeden Schauspielstudenten. Also da fiebert man ordentlich drauf hin, weil da kommen eben die Intendanten der Theater und die Dramaturgen und schauen sich… Und zwar bundesweit oder landesweit? Bundesweit. Bundesweit. Ja, also wirklich aus dem deutschsprachigen Raum, aus der Schweiz, aus Österreich. Ja, das ist natürlich schon wirklich, da hat man sich alle von der Nase. Ja, und man hört die Stifte auf den Blogs und versucht irgendwelche Sachen zu deuten, die meistens überhaupt keinen Sinn machen. Aber, also das war sehr, sehr aufregend. Genau, und das ist eben am Anfang des vierten Jahres und das vierte Jahr ist dann noch so, dass man eben noch Projekte zu Ende machen kann, auch nochmal neue machen kann. Oder eben auch sich auf die Suche begibt nach dem ersten Engagement. Nun hatten wir ja eben noch angesprochen, Sie sind Studienstiftler des deutschen Volkes, also eine Hochbegabte Stiftung, die höchstbegabte Stiftung. Ja, neben der anderen Stiftung Ollenhau und was es da alles als Stiftung gibt. War das auch, um Ihr Studium mit zu finanzieren oder wollten Sie mit der Mitgliedschaft in der Studienstiftung Kollegen kennenlernen, die auch in dieser Hochbegabte Stiftung, was hat Sie dazu gebracht und wie sind Sie dazu gekommen, in diese Studienstiftung hineinzukommen? Also diesen Bereich in der Studienstiftung Schauspiel, Tanz und so gibt es noch nicht so lange, also er ist relativ jung und natürlich, man freut sich über die finanzielle Unterstützung, die man bekommt. Aber es ist eben auch ein tolles Forum, eben auch fächerübergreifend Menschen kennenzulernen. Und auch von der Atmosphäre fand ich es extrem anregend, also man hat gute Gespräche und man ist natürlich an der Schauspielschule auch sehr, bleibt man da in dem Kosmos drin und hat natürlich immer mit Schauspielern, Regisseuren und Dozenten zu tun. Aber mal mit einem BWLer und mit einem Juristen und mit einem Tänzer beieinander zu sein, das ist natürlich auch spannend gewesen. Aha, und mussten Sie dann Leistungsnachweise bringen oder nur die Bestätigung, dass Sie an der Schauspielschule erfolgreich weiterhin verblieben sind? Ne, man muss schon, also es gibt ein richtiges, auch da wieder ein Vorsprechen bzw. ein Gespräch und dann spielt man ein paar Rollen vor und dann redet man danach über die Figur und was man so vorhat und so weiter. Und dann gibt es eine Gruppenimprovisation mit den Bewerbern, wo verschiedene Aufgaben gegeben werden, die man dann ad hoc machen muss. Also lange kann es noch nicht sein, weil ich, in meinem Podcast sind ja mehrere Studienstiftler, aber dass es da Künstler auch gibt, also so eine Kunstabteilung. Das ist wirklich sehr neu. Das muss ganz neu sein, aber ich finde es toll, dass man sich dieser Disziplin nun wirklich auch mal von dieser Hochbegabtenstiftung aus widmet und Sie erfolgreich dabei sind. Jetzt sind Sie, als Sie das Examen gemacht haben, das ist dann nach diesem Intendantentag oder? Genau, es gibt quasi noch, das ist jetzt kurz her, dass ich das richtig offiziell abgeschlossen habe, also jetzt erst im Oktober, dafür schreibt man dann noch eine Diplomarbeit. Ja, also es ist noch Diplom. Ach, so schön. Und da habe ich jetzt über einen Regisseur geschrieben, dessen Arbeiten mir sehr wichtig sind, Jürgen Gosch. Man kann auch ein paar Arbeiten am Deutschen Theater sehen, er ist leider verstorben. Also sehr empfehlenswert. Onkel Wanya, Die Möwe und Idomineus muss man sich, finde ich, angeschaut haben. Wird auch mancher gut kennen. Ja, wahrscheinlich. Also auch eben mit Uli Mattes, der ja auch mal hier in der Sendung zu Gast war. Und also das muss man offiziell dann noch beenden. Aber das Intendantenvorspiel ist quasi in der Praxis. Ja, und das ist doch wahrscheinlich, da notiert jemand, den will ich haben. Genau, dann kommt die ganz spannende Zeit, weil dann sitzt man vor seinem Handy und hofft, dass irgendjemand anruft, mit dessen Nummer man nicht kennt. Und dann sieht man da, okay, 043, was könnte das für eine Stadt sein? Und dann geht man ran und dann, ach Oma, du bist gerade woanders. Also es ist mit sehr viel Enttäuschung verbunden, diese Zeit, aber auch mit sehr vielen tollen Sachen, weil man eben angerufen wird. Und dann wird gesagt, man fand das, was man da gezeigt hat, interessant. Dann wird man nochmal zum Vorsprechen eingeladen, spielt nochmal vor, vor dem Haus. Und dann kriegen Sie mehr Angebote oder können Sie sich jetzt, ich sag mal, unter solch großen Adressen wie Deutsches Theater, vielleicht in München oder vielleicht in Hamburg oder Stuttgart, was aussuchen? Oder war das Deutsche Theater jetzt quasi das Theater, was Ihnen gesagt hat, Sie können kommen? Und eine Alternative gab es nicht? Naja, also ich habe im dritten Studienjahr schon am Deutschen Theater eine kleinere Rolle gespielt bei Stefan Kimmich im Wasser-Scheles-Nova. Und kannte daher das Haus und kannte auch so ein bisschen die Strukturen da und die Kollegen und fühlte mich da sehr wohl. Und hatte auch innerlich natürlich ein bisschen gehofft, vielleicht geht das auch irgendwie weiter. Und dann habe ich aber trotzdem die anderen Vorsprechen gemacht. Ich wollte einfach, also zu denen ich dann eingeladen wurde, in die Städte bin ich auch gefahren. Ach, Sie hatten mehrere Angebote. Also zum Anhaltes, ja. Ach, das hier wieder. Unmöglich toll, ja. Ja, aber es ist also, es war dann, als das Deutsche Theater gefragt hat, ob ich da ins Ensemble kommen möchte, dann dachte ich, ja, das ist vielleicht echt die richtige Adresse für mich. Weil Sie auch Berliner, in Berlin sich hier wohlgefühlt haben und ein bisschen Berliner sein und bleiben wollten, oder? Ja, das kann man so sagen. Gut, gut, gut. Kann es überhaupt nicht. Entschuldigung. Vielleicht sagst du mal auf Hessisch. Hessisch ist auch ein schöner Dialekt, aber Berlinerisch mag ich schon auch sehr gerne. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ja, mir fällt das auf, habe ich jetzt schon mal gesagt, Sie haben hier eine sehr tragende Stimme, eine voluminöse Was-Stimme. Singen Sie auch, oder? Man singt an der Schule viel. Ob ich gut singe, das müssen andere bewerten. Aber so eine traurige Stimme. Ja, es ist also, man kriegt richtig auch eine Stimme ausbildung. Man hat seinen eigenen Musikdozenten und mit dem sitzt man zwei Stunden die Woche am Klavier und schmettert einen Brechtklassiker nach dem anderen. Ja, und ich frage ja auch, und ich mach das mal, gibt es Rollen, wo Sie sagen, also das möchte ich jetzt, Sie sind ja sehr jung. Da kommen immer die Helden auf Sie zu. Oder was kommt da irgendwie, ich erkenne mich da zu wenig aus. Was kommen so an Rollenangebote auf Sie zu, wenn man so jung ist? Sie sind ja nun sehr jung. Was wünschen Sie sich und was ist auf Sie schon zugekommen und was könnte auf Sie zukommen? Ja, ich habe jetzt gerade eine ganz interessante Besetzung erlebt, weil ich bei den Salzburger Festspielen mit dem Deutschen Theater zusammen Clavigo gemacht habe. Und da habe ich nicht Clavigo gespielt, sondern Marie. Also die war nicht der Hauptmann, nämlich Clavigo ist bei uns eine Frau, Susanne Wolf. Ja, ein Rollentausch. Das war quasi ein Rollentausch. Verkennt Vorzeichen. Hätten Sie mich vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich das wahrscheinlich nicht genannt, aber bin jetzt sehr dankbar, dass das so gemacht wurde. Und jetzt gerade habe ich angefangen mit Väter und Söhne und das ist ein Roman von Turgenev. Und da ist zum Beispiel eine ganz tolle Rolle, die ich spielen darf. Akkadi, ein junger Mann, kommt zusammen mit seinem besten Freund aufs Land zu den Eltern und es knallt, weil die Jungs haben natürlich andere Vorstellungen als die alten. Also man hat so ein paar Rollen natürlich auf dem Schirm. Ich meine, es gibt natürlich Klassiker, ne? Eine Hamlet oder eine Rolle, die ich sehr mochte, war Beckmann in Draußen vor der Tür. Also es gibt schon Rollen, auf die man hofft, aber man lässt sich auch gerne überraschen. Nun denke ich mir jetzt gerade, weil ich höre es von Ihnen zum ersten Mal, dass Sie da also in eine Frauenrolle geschlüpft sind. Ist das schwierig? Wie macht man das? Sie haben ja nun eine ausgeprägt männliche Stimme. Wie schafft man das? Also war das auch so gewollt, dass es ausdrücklich ist, diese Provokation, ein Mann in Frauenrolle, früher wurden ja die Frauenrollen immer von Männern gespielt. In frühen Jahrhunderten, hoffentlich ist tausend, müsste man das sagen. War das eine ausdrückliche Provokation des Regisseurs oder warum hat er diesen Clavigo weiblich besetzt? Ja, also Provokation, glaube ich, war es gar nicht so in erster Linie, sondern es ging eher darum, eben zu sagen, diese Thematik, Karriere, Familie, Liebe, diese zwei Pole, die an einem zehren und wo man sich dann irgendwann vielleicht entscheiden muss, dass das ja nicht mehr primär ein männliches Dilemma ist, sondern auch ein weibliches sein kann. Und das war eben die Überlegung. Deswegen war es für mich jetzt auch nicht so, dass ich Marie als Frau angelegt habe, sondern dadurch, dass Clavigo eine Frau ist, bin ich ein Mann. Und ich habe den Text einfach genommen und heiße Marie, aber nehme das als Mann. Ich kann das auch sehr nachvollziehen, was Marie sagt. Also ich glaube, da ist der Goethe schon wirklich sehr toll. Sie haben da eben noch Wolfgang Borchert genannt, draußen vor der Tür, das war mein Abitur-Dichter. Insofern, wenn Sie da antreten... Welche Note? Nein, 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 ich sage es lieber nicht. Aber ich habe es gut, ich höre noch Deutsch, war ich Gott sei Dank sorgenlos. Aber wenn Sie das machen sollten, dann müssen Sie mir unbedingt Bescheid geben, dann sitze ich zu Ihren Füßen. Sehr gerne, das werde ich machen. Danach frage ich Sie, ob das Ihrer Analyse entspricht. Ja, ganz genau. Wollen Sie denn auch mal das Theater, ich weiß gar nicht, nimmt man als junger Mensch, sagt man so wie im Diplomatischen Dienst, drei Jahre bin ich hier, dann geht drei Jahre dahin oder dorthin, steht Ihnen auch ein Wechsel irgendwann mal vor Augen? Oder wollen Sie einfach so ein deutsches Theater, was Ihnen jetzt in der Heimstadt vorher schon gegeben hat, jetzt erst recht? Bleiben Sie dann so, ich sage mal, fast lebenslanger, kraftvoller Schauspieler an diesem Hause? Das steht natürlich in den Sternen, erstmal bin ich da und sehr froh, dass ich da sein darf und dann muss man schauen. Natürlich ist mein Beruf, der kommt ja auch vom fahrenden Volk und ist bis heute ein sehr wechselhafter Beruf, wo es schnell mal an einen anderen Ort gehen kann, wo ja auch ein Ortwechsel reizvoll sein kann, eine andere Stadt, ein anderes Publikum, eine andere Stimmung an einem Haus. Aber darüber kann ich mir noch schwer Gedanken machen, weil das jetzt gerade ein halbes Jahr deutsches Theater ist und einfach mit voller Energie da sein kann. Ich hatte ja jüngst hier Rolf Hochruth, Dramatiker, das ist ein Genre. Stellen Sie sich auch Komödie vor als ein Genre, in dem Sie sich gut zu Hause fühlen können? Ja, ich meine, heutzutage verschwimmt es ja viel. Also es gibt ja wirklich Stücke, wo man es gar nicht erwarten würde, dass die humorvoll interpretiert werden und sie werden es. Und man lacht sich schlapp. Und andere Stücke, die sind eigentlich sehr witzig und bleiben aber oder werden ernst interpretiert. Deswegen, man muss als Schauspieler ja schon sich darauf einlassen können, in welche Richtung es geht und welche Temperatur man da irgendwie runterlegen möchte. Also dementsprechend muss ich mir das vorstellen und kann es mir vorstellen. Und nun gehen Sie wahrscheinlich selber als Schauspieler auch in viele Inszenierungen, die Sie einfach aus Interesse sehen wollen. Und haben Sie darauf schon so gesagt, Mensch, mit dem Regisseur, wenn der mal auf mich aufmerksam würde oder mich besetzen würde, das wäre ja eine tolle Sache. Also gibt es da so Regisseure, jetzt will ich vielleicht so nicht, dass Sie gleich einen Namen nennen, denn das könnte möglicherweise gefährlich werden. Ja, da muss ich auch passen. Ja, ganz genau. Aber Sie sagen, also es sind Ihnen schon vor Augen so bestimmte Regisseure, wo Sie sagen, ja Mensch, sind das Jüngere, sind das Ältere? Messen Sie ihnen eine Regiezukunft zu oder wollen Sie lieber sich älteren Regisseuren anvertrauen aufgrund der Erfahrung? Weil Sie meinen, da lernen Sie ja meistens. Also wie setzen Sie Ihre Prioritäten, wenn Sie Inszenierungen angegucken? Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Regisseure, die hat man so im Auge. Da findet man die Arbeiten toll oder ist fasziniert von dem, was da gespielt werden darf und so. Und die sind sowohl jung als auch ganz alt. Also natürlich hat es einen Reiz, mit gewissen Namen zu arbeiten, die irgendwie schon sehr viel Erfahrung und sehr viel am Theater geprägt haben auch. Aber es hat auch einen totalen Reiz. Also jetzt zum Beispiel die Regisseurin von Väter und Söhne ist Daniela Löffner und die ist noch sehr jung. Natürlich hat auch schon viel Erfahrung, aber sie ist jetzt, wir sind jetzt altersmäßig nicht so wahnsinnig weit auseinander. Und das ist eigentlich, das ist toll, wenn man sich nochmal anders begegnet. Also ich glaube, das ist auch das Schöne an dem Beruf, was ich auch sehr an dem schätze, ist, dass man ja immer wieder anderen Menschen begegnen darf. Und da würde ich gerne mal so einen alten Haudegen haben, aber ich würde auch sehr gerne mit Gleichaltrigen... Kriegst du denn in Ihrer Schauspielausbildung auch ein bisschen was von Regie mit oder ist das ganz woanders angesiedelt? Na, es gibt also bei uns an der Schule auch ein Regieinstitut. Und bei mir ist es ein bisschen ein besonderer Fall, weil ich im dritten Jahr selber eine Inszenierung gemacht habe. Ach was, naja gut. Was haben Sie inszeniert? Philoktet von Heiner Müller. Philoktet, ja gut. Und das hat mir die Schule ermöglicht, ich habe gebeten, ob ich das machen darf und dann habe ich mit meinen Kommilitonen das inszeniert. Und deswegen schätze ich die Regie auch sehr und habe, also ich habe gemerkt, was für Schwierigkeiten es da gibt, also auf was für Ebenen man da irgendwie wach sein muss und arbeiten muss. Und habe da glaube ich noch eine andere Sensibilität bekommen nochmal für den, der da unten sitzt. Aber ich kann mir auf lange Sicht auf jeden Fall vorstellen, dass ich... Auch damals in das Genre auch einzusteigen. Ah ja gut, 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 gut. Mal gucken. Nun haben Sie ja, Sie sagten mir, eine Freundin, Sie sind, ich kenne es von Ballettmännchen, die haben ja überhaupt keine Freizeit. Schauspieler haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Freizeit und am Vormittag Freizeit, am Abend nicht. Wahrscheinlich mal abends geprobt. Wann proben Sie? Nachmittags, abends? Also es ist schon grenzwertig fürs Privatleben. Also man probt nämlich meistens so von zehn ab, das geht ja, bis mittags, also früh Nachmittag und dann abends wieder. Und wenn man abends nicht, also wenn man abends Vorstellungen hat, probt man eben abends nicht, aber dafür hat man ja dann Vorstellungen. Also während man probt, hat man ja schon wirklich wenig Zeit für alles. Also muss Ihre Freundin eine Menge Verständnis für Sie mitbringen? Müssen Sie sie nochmal fragen? Nein, das geht jetzt hier nicht im Publikum. Nein, aber ich glaube so, klar, aber ich meine, das ist ja auch, trotzdem hat es ja auch Vorteile. Ist denn Ihre Freundin möglicherweise Ihre schärfste Kritikerin bei den Aufführungen, die, wenn sie in die Premiere mit reinkommt? Ich weiß nicht, nehmen Sie denn Ihre Freundin mit in die Premiere? Wenn sie sich interessiert und sich das ansehen möchte, also dann, klar, oder meine Familie auch. Aber die sind natürlich engere Leute, die mich gut kennen, sind natürlich insofern scharfe Kritiker, weil sie sehr schnell merken, was stimmt nicht, was ist nicht real irgendwie, was glaube ich denn nicht. Ich zitiere jetzt gerade mal Anushka Rentschi, die hier mal war. Sie sagte, bei Ihren Aufführungen hätte immer Ihr Vater, Paul Hubschmidt, permanent in der ersten Reihe gesessen und mitnotiert. Und das war natürlich eine schwierige Situation. Das erleben Sie wahrscheinlich so nicht. Vor allen Dingen sind ja dann auch Ihre Eltern schauspielerische Laien. Ihre Freundin hat mit Schauspielern nichts zu tun. Also dann kriegen Sie dort Fox Populi, also Zimmel des Volkes, kriegen Sie da als Kritik genannt. Ja, aber das ist ja meistens die Schönste. Also natürlich die Kritik, die von Theaterinternen Leuten kommt, ist natürlich auch sehr wichtig. Aber dafür gibt es natürlich auch die Proben und da beschäftigt man sich ja auf der Ebene. Und dann will man ja irgendwann auch raus und Leuten vorspielen, die mit Theater eigentlich nur das zu tun haben, dass sie da sitzen und sich das angucken. Ja, gut, ja. Also eigentlich sehe ich Ihren Weg mit größter Begeisterung vor mir. Und stelle mir vor, nun ist es, wenn Sie länger am Deutschen Tate sind, dass ich auch Möglichkeiten habe, Sie dort Ihren Werdegang als Schauspieler dort zu erleben. Und vielleicht auch dann Sie einfach mal einladen, so nach, gut, ich bin ein vorgerichtes Alter, wer weiß, wie lange ich dieses Lück hier noch mache, aber gleichwohl dann mal so nach einem gewissen Erfahrungshorizont, den Sie dann gemacht haben, zu sagen, so, was war das? Was waren eigentlich die bislang schönste Stunden oder wo gab es Enttäuschungen? Wo habe ich große Schwierigkeiten zu überwinden gehabt? Gab es auf diesem Weg, wo Sie mal schon, auf Ihrem Weg, wo Sie in Irritation geraten sind oder gesagt haben, Mensch, das ist mir jetzt gar nicht geglückt, vielleicht ist es doch nicht der richtige Job oder so? Hattest du solche Sachen gegeben? Ja, damit ist man als Schauspieler, glaube ich, wirklich permanent konfrontiert. Also, und wir, Gerd Voss beschreibt es, glaube ich mal, dass allein die erste Probe, ich hatte jetzt heute zum Beispiel eine erste Probe, das ist so ein bisschen, beschreibt er, wie im Schwimmunterricht, wenn man in der Schule ist und Schwimmunterricht hat und dann sich so zum ersten Mal in Badehose sieht. Und diese komische Ambivalenz aus Interesse und dass man sich schämt und dass es irgendwie komisch ist und man denkt, wer bin ich eigentlich und wie sehe ich aus? So ist das irgendwie beim Schauspieler auch jedes Mal, habe ich das Gefühl. Und so muss man bei jeder Probe irgendwie auch die Scham überwinden. Und dann hat man Vorstellungen, wo man das Gefühl hat, man hat die Zuschauer nicht erreicht oder man hat seinen Partner nicht erreicht und so. Also man ist da schon sehr oft am Zweifeln oder Hadern mit sich und kann aber, ja, das ist ja das Tolle an dem Beruf, auch immer versuchen, daraus wieder neue Kraft zu schöpfen und nochmal weiter zu machen. Hat denn Ihre Zeit ausgereicht, um das berühmte Lampenfieber schon in Griff zu haben oder sind Sie dem immer noch ausgesetzt? Das ist aber ganz merkwürdig. Es gibt Vorstellungen, da habe ich überhaupt keinen Lampenfieber und da gibt es Vorstellungen, da habe ich das Gefühl, okay, vielleicht gehe ich nach zwei Minuten wieder, weil ich nicht mehr kann. Also es ist wirklich erstaunlich, dass man da so, manchmal ist man so gut drauf und du denkst so, ja, was soll mir passieren und ist total geschützt irgendwie und kann sich dann dem geschützten Rahmen öffnen. Bei anderen Vorstellungen weiß man, also wenn man jetzt so in Salzburg große Premiere hat und da sitzen 600 Leute und man weiß, gleich geht es los, fünf Minuten und das ist ja wie hier, dann geht die Sendung los und dann gibt es kein Zurück mehr, dann geht der Lappen, wie man so schön sagt, hoch. Der Lappen muss hoch gehen, vor allem der Lappen musste heute Abend auch hoch gehen, obwohl Sie mir sagten, Sie sind erkältet. Deswegen, Herr Koller, vielen Dank, dass Sie trotz Erkältung gekommen sind und zu uns jetzt die halbe Stunde uns geschenkt haben. Wir werden Ihren, ich bin mir sicher, dass die Zuschauer angeregt genug durch diese Sendung, genügend angeregt, mein Deutsch ist nicht mehr so gut, um Ihren Weg am Deutschen Theater und möglicherweise woanders gut zu verfolgen. Ich werde das persönlich auch tun und freue mich auf Ihren Weg und Ihre weiteren schauspielerischen Erfolge. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank und viel Glück auch für die nächsten Aufführungen und Proben und ähnliches alles. Und meine Damen und Herren an den Fernsehschirmen, jetzt weiß ich, da ist wieder die Kamera. Das war mal wieder ein Einblick in die Theaterlandschaft, in die Schauspielerei. Wir werden wieder nächste Sendung wieder ganz was anderes machen. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Nächste Sendung hat wieder ein anderes Thema. Bleiben Sie einfach dieser Sendung treu. Vielen Dank und Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.